Ahoi und willkommen zurück zur 100 und aller allerersten Folge von Rise of Minecraft. Ihr seht, ich stehe hier in einer automatisierten Crafting-Abteilung. Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn ich hatte ja versprochen, wir wollen den Reaktor automatisieren. Und das werden wir auch tun. Dafür hatte ich eine kleine Bestellung schon mal aufgegeben. Und jetzt ist mir, als ich gucken wollte, was macht er denn, was macht er gerade, ist mir aufgefallen, dass unser System richtig geil funktioniert. Obwohl es hier ein Interface ist, macht er zwei unterschiedliche Sachen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich hatte jetzt erwartet, dass er eigentlich immer nur aufteilt, was er gerade hat. Und meinetwegen, ich will jetzt, dass er das, ähm, na, wie heißt das noch, irgendwas mit Alloy. Dieses orangene Alloy. Wie heißt das? Tut ja auch eigentlich gar nichts zur Sache. Ähm. Energetic Alloy. Äh, wenn er Energetic Alloy macht, dass er dann sagt, okay, äh, ich muss 100 Energetic Alloy machen, machst 50 du und 50 du. Aber, der scheint sich das echt geil aufzuteilen, denn der hat jetzt hier auch noch Electrical Steel parallel in dem anderen gemacht. Wusste ich gar nicht. Deswegen dachte ich, komm, fängst du die Folge hier an. Geile, äh, geiler Zufall. Hast du auch noch was gelernt? Und, zwei müssen noch gecraftet werden. Ich hatte Vibrant, ähm, Capacitor Banks mal als, äh, Rezept angelegt. Natürlich, wir haben da oben den dicken Energiespeicher und das sind keine guten Energiespeicher. Nein, sind sie auch nicht. Sie sollen nur ein Puffer sein. Und, ähm, wir werden uns eine 5x5 Fläche anlegen, ähm, von diesen Vibrant Capacitor Banks. Ähm, und diese 5x5 Fläche wird dann quasi unser Pufferspeicher sein und wir bauen, während die zu Ende craften, nochmal schnell eine andere Sache. Und, das ist der Power Monitor, so, das ist, was kann denn der Power Buffer? Powered Spawner. Ist der teuer? Ne, der ist nicht teuer. Wir bauen den mal. Wir bauen den doch nicht. Okay, wir brauchen Electrical Steel. Wir haben ja gerade gesehen, ist er fertig. Ähm, bitte 100 Electrical Steel. Mau. Naja, das ist der Grund, warum ich eigentlich, ähm, noch nicht mit der Folge anfangen wollte. Das Ganze braucht natürlich etwas, aber, dass der hier sich so genial aufteilt, äh, das wollte ich einfach... Ja, das hat mich so gefreut, dass ich es mit euch teilen wollte. Ähm, so, der nächste CPU, der ist natürlich jetzt im Wartemodus. Machen wir das Ganze mal anders. Genau, für solche, äh, Zwecke haben wir ja hier, ähm, 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 nehmen hier mal Kohle und packen die hier rein. Schneller. Äh, davon kannst du ruhig nochmal gerne 1000 vorhalten. Und Eisen brauchen wir. Und damit ist der Coal Dust fertig. Und wir können hier rüber gehen. Und, oh, da habe ich ja noch Energetic Alloy. Zack. Wie viel brauchten wir jetzt davon? Ich weiß es gerade gar nicht. Sechs. Glaub ich. Ich glaube sechs. Ich glaube sechs. Zum Glück habe ich von den Conduits einige auf Lager. Ähm, davon natürlich jetzt gerade nicht. Die würde ich ganz gerne... Kann ich die überhaupt schon bestellen? Nicht? Muss ich noch ein Rezept anlegen. Machen wir das mal fix. Das können wir ja überall und jederzeit. Das wäre dann Conduit Binder. Zack, zack. Mit Redstone Alloy. Auch davon haben wir noch ein wenig. Zack, zack, zack. Conduit angelegt. Hallo? Ach. Ich sollte mir angewöhnen, immer Patterns direkt einzulegen. Molekular Assembler. Molekular Assembler. Hier haben wir sie. Da kann ruhig das Conduit mit dazwischen. Gar kein Problem. Äh. Da habe ich mal ein Cauldron gebaut. Conduit. Äh. Hiervon hätte ich gerne auch 580 kommen direkt. Nehmen wir mal ein Stack hiervon. Ein Stack davon. Mehr sollten wir vorerst nicht brauchen. Eventuell, ähm... Wie heißen sie? Wenn ich jetzt Redstone eingebe, dann werden sie wahrscheinlich sehr schwierig zu finden sein. Vermutlich, weil sie nicht mehr so heißen. Transmitter und Transreceiver. Könnte das sein? Transmitter. Versuchen wir es mal mit Wireless. Vireless, ganz genau einmal dieser. Da müssen wir hier diese komische Kaugummi-Kugel machen. Machen wir mal ein paar mehr davon. So. Und so. Dann fehlt uns dieses Obsidian-Stöckelein. Von mir aus auch davon ein Stack. Überhaupt gar kein Problem. Dann machen wir hiervon. Ich glaube, drei brauchen wir insgesamt. Denn wir bauen einmal das hier. Und wir brauchen einmal das hier. Und für diese Schüssel brauchen wir das und das. Und das. Schnell gebaut. Gar kein Problem. Weiß ich noch gar nicht, ob wir die benutzen. Aber möglich wäre es. Wir haben 38 Electrical. Oder Electric. Electrical Steel. Dann kommt rein eine Conduit Probe. Von denen haben wir auch mehrere. Hallo? Merkwürdig. Conduit Probe. Dann das Machine Chassis. Und jetzt schlag mich tot. Was kam da noch rein? Jetzt muss ich doch gucken. Power. Monitor. Haben wir so ein Conduit? Müssen wir jetzt ernsthaft so ein Schimmel-Conduit craften? Okay. Dann eben mit Schimmel-Conduit. Haben wir hier noch was? Brauchen wir jetzt nicht zwingend. Vibrant. Die sind inzwischen fertig. Inzwischen fertig. Inzwischen fertig. Und wir können das Ganze aufbauen. Ich habe hier einmal das Kabel ein Stückchen weitergezogen. So, dann machen wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5. Und ziehen das Ganze noch 5 Blöcke weiter zurück. 3 und 4. Damit sind sie alle weg. Und jetzt konfigurieren wir das Ganze noch ganz hübsch. Hier ist Input. Hier ist Disabled, bitte. Disabled. Disabled und Disabled. Genau so. Und dann möchte ich gerne hier den Output haben. Und den maximalen Input begrenzen wir. Mal so. Okay. Jetzt brauchen wir einen Tesseracteur. Hallo. Tesseracteur. Nehmen wir mal ruhig 2, weil ich nicht weiß, ob wir nicht vielleicht doch 2 brauchen. So, hier hatte ich Output eingestellt. Zack. Dieser Tesseract gibt Energie zum Ball. Nein. Der gibt... Doch. Da muss ich jetzt mal überlegen. Der gibt Energie zum Ball. Und zwar... Items nicht, das nicht. Das sendest du bitte. Und von der Energiequelle, Energie zum Ball, beziehungsweise von dieser Energiequelle bekommt er auch immer. Das heißt, er füllt sich. Und zwar langsamer, als er abgibt. Und er gibt die Energie ab zum Ball. Ist jetzt dieser Ball allerdings voll, so wie es aktuell der Fall zu sein scheint. Denn er gibt ja eigentlich mehr ab, als er bekommt. Und trotzdem puffert er sich voll. Wird sich das hier füllen? Das heißt, wir fliegen mal einmal zum Ball, um das zu bestätigen. Und wir sehen, der Ball ist pickepacke voll. Na, das, was da unten ist, das ist immer so ein... Ich meine, das ME-System läuft ja auch dauerhaft. Aber es ist immer ganz knapp an der Grenze. So, und deswegen werden wir auch hier... Mal machen wir mal 225.000. Das soll auch reichen. Okay. Dann werden wir hergehen. Und... Hier ein Kabelein anschließen. Und dann setzen wir hier... Den Power Monitor drauf. Und der Power Monitor hat selbst noch einen internen Speicher. Und sagt, oh, Capacitor Bank ist so gut wie voll. Jetzt gehen wir hier rein. Er soll ein Signal ausgeben. Wenn die Storage weniger als 75% voll ist. Stop when storage greater than or equal to 99%. Also, er gibt immer Signal, wenn das weniger als 75% ist. Und dann müssen wir ihm hier unten sagen, wenn Signal an... Dann 52%. Und wenn Signal aus... Dann 100%. Komm mit. Und jetzt kommen unsere... Spielzeuge hier zum Einsatz. Ich würde mal sagen, den hier so... Frequenz hatte, glaube ich, der Fitzes gesagt, oberhalb von 500. Deswegen gehen wir mal auf 501. Und setzen hier unsere Konto jetzt hin. Und dann... So... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eine Ranch hätte ich ganz gerne. Das will ich disablen. Und das will ich gerne haben. So, 500 und 1 Dann gehen wir her Und legen Redstone Conduit Jetzt gerade ist es aber Argläge Wir legen Redstone Conduit Redstone Conduit Vielleicht mal an die Stelle Da mal einmal Disabled Und Disabled Und dann gehen wir mal hier hin Kann man den hier irgendwie so in die Luft hängen? So vielleicht Dann gehen wir her und sagen Gib dein Redstone Signal ab Zu diesem Teil Und du sendest auf Frequenz 500 Und 1 Jetzt müsste Er hier Ein Signal Wenn das weniger als 75% voll ist Gib dir ein Signal Und wenn nicht, dann nicht So, das heißt für mich Er gibt im Moment kein Signal Das heißt für ihn Fahr deinen Deinen Rots rein Und das heißt wiederum Der ganze Reaktor kühlt ab Es wird weniger Dampf produziert Und die Turbinen laufen langsam runter Wo waren wir? Kann man jetzt schon gar nicht mehr genau sehen Aber ich sag euch Die waren Relativ schnell Und hier seht ihr Der interne Puffer Ist auch randvoll Das heißt wir können uns überlegen Eventuell Wenn wir mal wieder mehr Redstone haben Vielleicht noch den ein oder anderen Ball vielleicht noch dazu zu bauen Oder so Um die Energie noch ein wenig Nutzen zu können Noch mal Kleine Veranschaulichung Kurze Erklärung Durch dieses Kabel Kommt die Energie Die direkt von den Turbinen erzeugt wird Sofort hier rein Der Input Ist allerdings begrenzt Auf 225.000 RF Pro Tick Und der Output Ist so viel Unsere 5x5 Plattformen Aus Capacitor Banks Hier kann Nämlich 625.000 RF Pro Tick Das heißt Er gibt immer mehr raus Als er rein bekommt Und zwar gibt er es raus An den Tesseract Der die Energie zum Ball schickt So Ist jetzt der Ball voll Kann der Tesseract Nicht mehr Energie zum Ball schicken Das heißt Die Energie wird sich hier aufstauen Er versucht 625 rauszuschicken Der Ball kann sie nicht aufnehmen Und obwohl Nur so wenig reinkommt Im Verhältnis so wenig Staut sich die Energie hier auf Weil Er sie einfach nicht abgeben kann Natürlich Wird nicht die gesamte Energie Hier durchgeschliffen Da hinten ist noch ein Tesseract Der alles verlustfrei zum Ball sendet Denn das ist ja Gut Es ist jetzt in dem Fall Genau die Menge Der Output zumindest Den wir senden könnten Aber da wir ja weniger Input nehmen Ist das Ganze Wäre das Ganze ja eine Drosselung Unserer theoretischen Leistungsfähigkeit Das wollen wir natürlich vermeiden Und deshalb gibt es auch einen direkten Weg Via Tesseract Oben Zum Ball Das ist der da hinten Das ist der Den der Fabi Irgendwann mal im Stream Hier hingestellt hatte Das Ganze wird natürlich noch Hübsch gemacht Hier kommt ein kleiner Raum drum Ich hatte mir das vorgestellt Dass wir vielleicht mit den Railcraft Plattformen Hier noch einen Kontrollgang entlang machen Sowas in der Art Lasst euch überraschen Was da noch kommt Ich glaube das wird eine Ganz coole Sache hier Wenn dann hier auch noch Ein Häuschen drum herum kommt Und wenn vielleicht Der Server nochmal Restartet hat Weil ich glaube der hat Für heute Relativ viel in seinem Datenpuffer Beziehungsweise Der Arbeitsspeicher dürfte Einigermaßen vollgelaufen sein Von dem Ding Ein Restart wäre vermutlich Nicht verkehrt Nachdem wir heute so viel Geändert haben Und so viel Technik gebaut haben Denn ich nehme natürlich Diese Folge direkt im Anschluss An die gestrige auf Und würde aus diesem Grund auch sagen Vielen Dank Dass ihr zugeschaut habt Wir haben jetzt nicht nur 25 Mega krasse Turbinen Die uns 625 EF pro Tick geben Sondern wir haben auch noch Eine Steuerung Die diese Turbinen Automatisch runter regelt Das Ganze nicht Wie wir es sonst immer Gebaut haben Mit Tesserakten Sondern mit den coolen Neuen Die mir bisher unbekannt waren Mit den coolen neuen Fluiducts Ich glaube Das soll es Für diese Folge Mal wieder gewesen sein Wenn euch das gefallen hat Lasst gerne einen Daumen Nach oben da Wenn ihr irgendwelche Fragen habt Zu der Steuerung Was wie warum Funktioniert Ich habe versucht Es detailliert genug Zu erklären Damit jeder es versteht Wenn ihr trotzdem Irgendwelche Fragen habt Gerne rein in die Kommentare Sofern ich Zeit habe Werde ich die Auf jeden Fall beantworten Und verabschiede mich An dieser Stelle Bis zum nächsten Mal Danke fürs Zuschauen Und Tschüss Danke fürs Zuschauen